Bereiten Sie eine saubere, freie Arbeitsfläche auf einen Tisch vor. Zur Entsorgung von gebrauchten Material sollten Sie einen offenen Behälter für den Müll bereitstellen. Alle EVIMED Drainagesets enthalten sterile Materialien, die Sie zur Sicherung und einfachen Drainage von einem Erguss benötigen. Zusätzlich empfehlen wir, für die Durchführung der Drainage folgende Produkte bereitzunehmen. Das EVIMED Verbandsmaterial Set, alkoholisches Hautdesinfektionsspray, dieses ist in Apotheken erhältlich, bitte verwenden Sie hier kein Optinisent. Händedesinfektionsmittel, auch dieses erhalten Sie in Apotheken. Einmalhandschuhe Nehmen Sie Ringe, Uhren und sonstige Schmuckstücke ab und waschen Sie als erstes gründlich Ihre Hände. Danach desinfizieren Sie diese. Ziehen Sie die Einmalhandschuhe an. Entfernen Sie den Verband über dem Katheter, lösen Sie eine Ecke des Verbandes vorsichtig ab und ziehen Sie diesen langsam von der Haut. Hierbei ist darauf zu achten, dass nicht versehentlich am Katheter gezogen wird. Bitte verwenden Sie für die Abnahme des Verbands niemals Hilfsmittel wie beispielsweise Scheren. Sollten Sie eine Schwellung, Rötung, Flüssigkeitsansammlung oder andere Entzündungszeichen an der Austrittsstelle des Katheters bzw. am zweiten Hautschnitt feststellen, informieren Sie bitte umgehend Ihren Behandlungsarzt. Ziehen Sie die Handschuhe aus und desinfizieren Sie erneut Ihre Hände. Öffnen Sie die äußere Verpackung des Ihnen verordneten Drennagesets und entnehmen das Verbandmaterialset. Öffnen Sie die Verpackung des Verbandmaterialsets, indem Sie die beiden Beutelseiten von oben her auseinanderziehen. Legen Sie den selbstklebenden Folienverband beiseite. Legen Sie das Set mit der Lasche nach oben auf Ihren vorbereiteten Arbeitsbereich. Entfalten Sie das blaue Abdecktuch vorsichtig. Bitte berühren Sie die Innenseite des Tuches nicht. Lassen Sie die darin enthaltenen Artikel auf dem Abdecktuch liegen. Fassen Sie die Handschuhe an der Öffnung und ziehen Sie diese an. Achten Sie darauf, dass mit dem Handschuh keine unstirren Gegenstände wie zum Beispiel Haut oder Kleidung gehört werden. Reißen Sie die Verpackung der Alkoholtupfer auf einer Seite auf, die Alkoholtupfer nicht aus der Verpackung nehmen. Öffnen Sie die jeweilige Verpackung so, dass Sie diese später auf das Sicherheitsventil stecken können. Legen Sie die vorbereiteten Alkoholtupfer zurück an den Rand des blauen Abdecktuchs. Lösen Sie vorsichtig die Silikon- oder Schutzkappe vom Katheterende und Entsorgunghäsel. Stecken Sie das Sicherheitsventil in eine bereits vorbeformte Verpackung eines Alkoholtupfers und desinfizieren Sie das Sicherheitsventil durch leichte, drehende Bewegungen. Belassen Sie das Sicherheitsventil in dieser Verpackung. Öffnen Sie die Verpackung des Trenova-Reservoirs und entnehmen Sie dieses. Dabei ist es wichtig, dass der Einführstift am Schlauchsystem steril bleibt. Entfernen Sie die Fixierung, welches um das gewickelte Schlauchsystem angebracht ist. Halten Sie den Einführstift am Ansatz in einer Hand fest. Schließen Sie die Quetschklemme am Anschlussschlauch vollständig mit der anderen Hand. Halten Sie den Einführstift weiterhin am Ansatz fest und ziehen Sie unter leichter Drehbewegung die Schutzhülle vorsichtig vom Einführstift ab. Entfernen Sie die Verpackung mit dem Alkoholtupfer vom Sicherheitsventil und schieben Sie den Einführstift in das Sicherheitsventil. Das Einrasten ist hör- und spürbar. Bitte beachten Sie, in das Katheterventil darf ausschließlich nur der Einführstift des Drainagesets eingeführt werden. Drücken Sie nun das Trenova-Reservoir zusammen, um die orangefarbene Sicherung zu entfernen. Bewahren Sie die orangefarbene Sicherung für die spätere Verwendung auf. Öffnen Sie die Quetschklemme am Anschlussschlauch, damit die Drainage beginnen kann. Unsere Empfehlung. Bringen Sie das Trenova-Reservoir auf eine niedrige Höhe, zum Beispiel Ihren Fußboden. So können Sie die Dauer der Drainage verkürzen. Es könnte sein, dass Sie während der Drainage ein unangenehmes Ziehen verspüren. Sollte dieses zu stark werden, schließen Sie die Quetschklemme am Anschlussschlauch, um den Flüssigkeitsstrom eine Zeit lang zu pausieren. Sollten die Schmerzen zu stark sein, beenden Sie die Drainage bitte komplett. Beim Erreichen des vom Arzt empfohlenen Drainagevolumens beenden Sie die Drainage durch Schließen der Quetschklemme. Anhand des oberen Halteknopfes können Sie das trainierte Volumen ablesen. Das abgelesene Drainagevolumen kann in den Tabellen Drainageaufzeichnungen in der beiliegenden Gebrauchsanweisung oder der Patienteninformation eingetragen werden. Trennen Sie das Reservoir vom Katheter und desinfizieren Sie das Sicherheitsventil. Öffnen Sie die Verpackung der Schutzkappe, diese finden Sie im Verbandsset. Lassen Sie die Kappe auf das blaue Abdecktuch fallen. Nun müssen Sie die Trinova Silikonkappe an das Sicherheitsventil des Katheters anbringen. Schieben Sie dafür die neue sterile Kappe fest auf das Katheterende bzw. auf das Ventil. Die Kappe hält selbstständig ohne zusätzliche Verriegelung. Besprühen Sie den Bereich um die Katheter-Ausstrittstelle mit dem alkoholischen Hautdesinfektionsspray. Wenn die Wunde verheilt ist und die Fäden gezogen sind, darf hierzu ein Alkoholtupfer verwendet werden. Beachten Sie hierbei eine Einwirkzeit von 30 Sekunden. Bitte achten Sie außerdem darauf, dass nach der Einwirkzeit die Katheter-Austrittsstelle und die Haut um den Katheter trocken sind. Erst dann darf ein neuer Verband angebracht werden. Legen Sie nun die Schaumstoff-Schlitzkompresse mit dem Schlitz nach oben um den Katheter herum. Rollen Sie den Katheter wie eine Schnecke auf und legen Sie ihn auf die Schaumstoff-Schlitzkompresse. Decken Sie den Katheter mit dem Mohlkompressor ab. Ziehen Sie nun bitte beide Handschuhe aus. Nehmen Sie den selbstklebenden Folienverband zur Hand. Dieser besteht aus drei Lagen. Einer unbedruckten Schutzfolie, dem selbstklebenden Folienverband und der bedruckten Schutzfolie. Nun legen Sie bitte die selbstklebende Oberfläche frei, indem Sie die bedruckte Schutzfolie anziehen. Zentrieren Sie den selbstklebenden Folienverband über die Mohlkompressen und legen Sie diesen auf der umliegenden Haut an. Lösen Sie das mittlere Teil der unbedruckten Schutzfolie vom Folienverband ab. Entfernen Sie den Rahmen der unbedruckten Schutzfolie vorsichtig vom Folienverband und streichen Sie den gesamten selbstklebenden Folienverband von der Mitte zu den Rändern hin glatt. Für die folgenden Schritte bereiten Sie ein Tuch, eine Schere, die orangefarbene Sicherung und einen Plastikbeutel vor. Hier können Sie den Plastikbeutel, in welchem sich das Trenova-Reservoir befand, wiederverwenden. Stellen Sie das Trenova-Reservoir auf den Boden ab. Öffnen Sie die Quetschklemme und halten Sie den Schlauch in die Höhe. Restflüssigkeit im Schlauch kann hierdurch ablaufen. Schließen Sie die Quetschklemme. Nehmen Sie eine Schere und schneiden Sie den Anschlussschlauch unterhalb des Rückschlagventils durch. Entsorgen Sie das abgeschnittene Schlauchstück mit der Quetschklemme und dem Einführstift. Sollte hierbei Erguss aus dem Schlauch austreten, nehmen Sie diesen mit einem Tuch auf. Entsorgen Sie dieses Tuch gemäß den örtlichen Bestimmungen. Damit das Reservoir auf der Toilette entleert werden kann, drehen Sie das Reservoir über der Toilette auf den Kopf, sodass der abgeschnittene Anschlussschlauch nach unten zeigt. So beginnt der Entleervorgang. Durch leichtes Pressen auf das Reservoir kann der Entleervorgang beschleunigt werden. Sobald Sie das Reservoir komplett entleert haben und dieses sich im zusammengefalteten Zustand befindet, bringen Sie die orangefarbene Sicherung an. Stecken Sie das Reservoir in den bereitgelegten Plastikbeutel. Entsorgen Sie nun die Tüte gemäß den örtlichen Bestimmungen Ihrer Stadt oder Gemeinde. Achtung, wenn bei diesem Vorgang Flüssigkeit ausläuft, reinigen Sie Ihre Haut mit Wasser und Seife. Für Oberflächen verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsmittel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017